Sieben Mann? Oh, jetzt geht's los hier. Oi, oi, oi. Aber was soll das sein? Das sind doch Duos, Alter. Was, wieso? Was, sieben? Ist doch nicht durchzweiteilbar. Was ist denn das? Keine Ahnung. Hier, alles. Das dachte ich mir schon. Da hat er gleich drei gedrückt. Naja, erst mal reinlauschen hier. Dass er ist. Du laust gleich auf den Erdboden. Ich auch. Aber hier, schiebst du mich wieder? Ja, du mich. Schön leise machen. Gucken. Ich bin über 14. So, und der Erste legt den Freck. Du gleich mit. Target located. I hit him. Okay. Ach, der war hier drin. Was soll eine Feuerfliege gewesen sein? Was hat denn der für einen Scheiß? Das ist nö. Das sah übelst fett aus eigentlich. Der PS-Helm, ja. Da habe ich schon wieder einen weggepügelt. Ich habe ihn aber kaum gesehen. Aber was darf ich denn dafür? Schöne, ein Messer? Was, ob ich ein Messer habe? Ja. Ne, was für ein Messer? Rechts oben. Achso, ne. Kommen die nicht wieder rein? Die wollen das Zeug nicht wieder haben. Naja, der hat es auch gegeben. Oder er war schon ein paar Mal drin. Das kann auch sein. Oder so. Los, die holen wir uns. Hä? Hä? Wir holen da hin. Gar nicht da hin. Was? Oh, Alter. Mich hat er weggemacht. Was? Ja. Mal hochholen. Ja. Cool, danke. Good job. Ich habe gar nicht gesehen, dass er hier reingerannt ist. Ich habe gedacht, er ist links rüber unter die Wand. Mit der SA-15, Alter. Alter, der hat mir eine gegeben, aber... Ja. Da liegt schon mal alles rum, Junge. Hm. Jetzt kommt hier ein Messer zurück. Was ist denn jetzt für ein Messer? Ja, der kommt jetzt gleich. Das war doch gerade eine Feuerfliege... Äh, Quatsch. Ihr Bot. Keine Ahnung. Vielleicht doch nicht. Hat zu gut geschossen. Ich habe mal eine Granate hinter. Sehen, was es hier sagt. Ja. Vielleicht braucht es noch keinen Bot. Doch, doch. Elite Bot. Boah. Target located. I hit him. Target located. I hit him. Ich will, du hilfst dir dem. Ja, tötet uns noch. Rampage. Tötet uns keiner, Junge. Die töten wir. Die töten sich selber. Aber ich nehme mir hier Waffen weg. Na ja. Deswegen. Ich habe einen Schuss noch. Was? Ich habe schon so viel verbraucht. Hä? B. B.S. Ach nee, warte mal. Ach, jetzt hier. Das ist meine. Die war aufs Semi-Auto gestellt. Ich wollte schon sagen. Ich schieße gar nicht mit B.S. Deswegen dauert das so lange. Aber jetzt haben wir es. Jetzt dauert er feindlich. Ich muss aufpassen. Ist das er dir vor's Maul haut. Als Dankeschön. Ich, dass er dir vor's Maul haut. Jetzt ist er feindlich. Ja. Da stirbt er noch ein zweites Mal. Ja, ist er schon. Ich habe ihn schon einmal gekillt. Ja, gleich nochmal. Okay, dann mach die Kiste hier. Ah, ich oben bin... Hm. Elite-Pleppo. Was für hier? Ach, das wird er potzt. Mit ihren Nebelgranaten. Die sind wieder hier drinnen beklümmt. Das machen sie aber gerne. Soll ich hier einnebeln? Hm. Weil die dumm sind. Ja, hier ist offen. Sogar der große Raum. Da muss man auch mal... Da ist alles offen. Da ist aber alles leer. Ja, eben. Hier liegt ein Bitcoin drinnen. Ha. Aha. Von wegen leer. Hm. Na, hier im großen Raum. Ach so. Nachher schon, Tuck. Aha. Ist geil. Was? Du hast Strom? Nee, war im Rot bei mir. Ach so. Wegen den Trotteln hier wahrscheinlich. Na ja. Oh. Hier kommst du in den Raum hier unten rein. Weißt du schon, wenn du da eine Rauchkanade hast? Nee, nee. Das sind die Idioten hier. Ich hab doch gerade zwei umgebracht. Jetzt kommt der nächste schon und stänkert die Bude voll. Ohne Feuerfliege. Ja, ich seh's. Noch einer. Was Feuerfliege. Nee, das braucht keiner. Ich kann nicht alles mit dem her. Hahaha. 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 Hier wollen wir ja schon finden. Na ja. Hier wird noch geschossen. Da müssen wir hin. Ich kann so kockieren kann. Alter, auch eine Feuerfliege stand hier rum. Goddammit, someone's on our tail. Der wollte sich aus dem Hinterhalt holen. Was hat denn der für eine geile AK? Warum stand der hier so verträumt in der Pampa rum? Ja. Ja. Helden. Ha. Na zu euch. Sind die alle verreckt da hinten. Achso. Ich wollte meinen noch umbringen. Auch vielleicht verreckt er ja am Kass. Ich glaube nicht. Hm. Sind mir zwei Kills jetzt durch die Lappen gegangen. Oh, hier hinten wird noch geschossen. Ach, das wird da oben ja. Tack. Hast du schon mit der Rauchbombe da hingefeuert? Oder war der das? Hm. Ich weiß nicht. Hier qualmt es überall, Alter. Wollen wir mal ein klar Schiff machen, bis hier nichts mehr zuckt? Ein bisschen nichts mehr zuckt. Ey, hier drüben am Dings, unter dem Tor, beim Wasser. Ja. Dann wären wir hier. Oh Gott. Wie war noch der Loot-Heini hier? Alter, was ist denn hier unten? Was ist denn das stimmt mit den Leuten nicht? Überall pflegst du und schreitst. Hahaha. Hey, Mark. Do you think Limes is still alive? Was? Was denn? Hier labert einer dummes Zeug. Hey, Mark hat er gesagt. Wir bleiben jetzt so lange, bis hier nichts mehr zuckt. Bis hier Sendepause ist in dem Saftladen. Hä? Ich geh mal hier den Geheimgang, also nicht den Geheimgang, aber den Gang zum Exit. Weißt du? Da habe ich ein Quatschen gehört. Ja, ich höre euch auch noch was hier oben. Ich höre euch auch noch was hier oben. Jetzt bin ich hier, da ist keiner mehr. Ist immer so. Ich höre euch noch ein Laufen. Help me. Oh, ich bin tot. Nein. Alter, was hast du gemacht? Komm, schnell, schnell, schnell. Ich kann doch das Wasser rennen. Ja. Und hinten ans Büro, schnell. Der will mich ganz töten. Nein. Jetzt rennt er nicht mehr. Komm, wir ins Büro reingekrochen. Kommt er? Kommt er? Ich bin im Büro. Kommt er. Kommt er? Der Heini. Ah, schön. Ne, das geht doch. Kommt er. Alter. Der hat aber gut gefossen. Kommt er. Kommt er. Kommt er. Kommt er. Kommt er. Kommt er. Oh, ja. Kommt. Ich. wenn wir das selbe sein das ist gedacht das war ein anderer gar nicht ist aber nicht mehr rot unser mv5 also ich mache zu viel schaden hier ist es auch rot bei mir da hinten ist noch im kopf, der ist wahrscheinlich schon tot guck mal runter ich bring den mal um wir haben auch hier hinten einen exit weil da wo der quali hä wo ist denn der trotter hier ne oh hier hinten hat noch die schossen gleich komm mit oh komm da müssen wir hin da wie hier 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 Jetzt ist da hinten wieder der Art... Ist hier eigentlich auch mal Ruhe im Karton? Feuerfliege, haha Aber hier ist noch was rot, alter Was ist denn hier rot? Alter, hier hat sich eine Feuerfliege versteckt und war zu blöd nicht umzulegen. Alter, hier kann man vor euch schießen. Ja, ja, ich habe es gerade gemerkt. Ey, die 5er, weißt du, die hält nicht so viel aus wie die 4er, die ich vor uns hatte. Die ist ja übel, danke. Ich muss den da hinten noch umbringen, wo ist denn das? Wie komme ich denn da hin? Von außen durchrennen, glaube ich. Ja, hier hinten ist es doch. Ich glaube, ich muss hier links rumrennen. Was? Ich hätte bloß noch holt bei mir. Oh, hier ist die Ratte neben mir. Was ist hier hinten das Ding? Mhm. Ah, ja. Ach, ja, von A. Ja, klar. Das ist das Wasser-Ding, ja. Du musst erst mal wissen, Alter. Mhm. AKS 74, ja gut, ja. Tut weh. Willst du noch irgendwas? Brauchst du irgendwas von dem? Ich glaube, okay, ja. Nee, da hat er eine AK-103. Ich habe, das ist meine. Ach so. Ja. Das hat doch nur. Ich habe dir irgendwas auf Wasser gelesen. Ich sehe, du bist mir umfallen. Da kann hinten noch einer. Ganz hinten war noch einer. Okay. Feuerfliege aber. Hinter uns ist da auch noch irgendwas. Ja. Los. Robin Hood wollte es. Ich habe keine Munition mehr, Alter. Ich habe keine Munition mehr. Okay. Ich muss raus. Ja. Unbedingt. Ja, los, lass uns abhauen. Warte, hier vorne hatte ich noch einer. Hier ist noch einer. Oh, ich habe nur noch 15 Schuss. Ja. Ich kann nicht mehr die Risiken mehr eingeben. BAS habe ich jetzt drinnen. Na los, raus. Da ist noch so viel PS-Munition verballert, sag ich mal. 30 Kills. 16. Ihr musst ja 500 Schuss mitnehmen, 230 nicht. Ja, ich hatte glaube ich über 260 oder 270 Schuss. Das kriegst du nicht. Ich habe nur noch gemordet, Alter. Wie so ein Marder im Hühnerstall. Nenn mich Junior-Offizier 2. Oh, Gratulation. Ist das geil. 30 Kills. Alter. Junge, Junge, Junge. Jetzt wird es ernst, Junge. Aber jetzt. Ich bin gespannt. Auf die Farben, Alter. Die 6er-Boys, Junge. Ja, die hier drinnen sind. Naja. Hm. Hm. Die sind alle tot, Mann. Die cheatsen alle. Hm. Deine Arschhaare. Nee, diesmal nicht. Nee. 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 Wartig. Ja. Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Die Feuerfliege, was war denn mit dir? Du hast eine Feuerfliege umgebracht, Alter. Ja, ich habe eine neue Sonne. Mann, Junge, hebt das immer wieder selber auf oder was ist mit dem da oben? Ich höre immer irgendwas rennen, aber... Ja, ich höre doch. Jetzt ist hier was rot bei mir. Ja, ich höre. Oh, hier oben ist ein Flieger. Bist denn du, du Knirch? Hier kommt ein kleine Feuerflieger. War das? Ja. Au. Von hinten. Boah, Alter. Wo steckt? Wo ist denn der gelandet? Hier unten? Hier unten. Kommt keiner wieder? Nee. Kommt man ins Büro? Ja. Das ist ein schwacher Büro. Wo ist denn das jetzt? Gute Frage. Ja. Hier durch, glaube ich, oder? Ja, und dann rechts hoch. Ja, hier vorne. Was ist denn jetzt hier für eine gespenstische Ruhe? Hm. Ich denke, es sind sieben Mann oder was auf dem... Hier... Oh, doch. Hier ist einer zurückgekommen. Wieso denn so spät, Alter? Hat er sich... Ja, was? Verstehe ich nicht. Verlag, wo kann ich denn weiter? Na, ich habe ihn rumgebracht. Da fällt ihm jetzt ein. Och, ich komme nochmal zurück. Das kommt bei dem Möhr, hm? Oh, was? Mann. O Feuerflieger. Och, Gucker. Was? Jo. Das brucht mir so Apfelschicht. Oh, boah. Kann ich wegnehmen. Auch die doch auch nicht. Ich habe hier einen umgebracht, ich gehe mal rüber. Im Büro ist Endschloss. Ich habe hier einen Schraub, ich habe hier einen Schraub. Gah! Ich habe da oben eine Feuerfliege umgebracht im Büro. Ja, ja. Er hat gerade auf mich geschossen, das Dreckschwein. Hm. Der Feuerfliege umgebracht. Och Mann. Nein. Wollte er jetzt eigentlich von mir? Das ist ein Arschloch, Alter. Da wollte ich mir die Waffe aus der Hand reißen. Ach so? Ja. Der Bot? Wie? Gibt es nicht mal hier gute Munition, Alter? Boah. Ich bin fast leer. Jo, wie gibt es hier nur Scheiße? Gibt es doch gar nicht. Hier hinten wird irgendwann Exit gepowert. Boah, hinten geht es ab. Wo ist denn hinten? Ich bin in Ordnung. Ich komme noch. Oh hier. Rot. Zwei Mann. Tore modes, mitmunkn. arek- Tore des Tore. асьten. Die weggebügelt, die warnt... Junge, die sahen aber dick aus, Junge. Naja, wir hatten noch Müll Hey, wo ist der andere Container? Ich habe doch zwei erschossen hier. Wahrscheinlich runtergekrochen. Naja, ich gehe wieder rüber. Hier ist wieder was rot. Jetzt wieder grün. Komisch. Oh, da hinten Richtung Exit wird geballert. Oh, da habe ich welche gesehen. Oh, da hinten. Oh, da hinten. Hier ist ein Nüttenkind da oben. Haha. Ich bin im Büro. Ich bin im Büro. Alter, die hat seine Wand gesmashed. Ich bin im Büro. Ich bin im Büro. Ich habe bloß noch neun, siehst du. Schuss. Ist das deine Miner? Ja. Ich habe es mal hingeworfen. Ich bin im Büro. Ich werde es heute Abend beendet. Gah! Gah! Ich bin im Büro. Ich bin im Büro. Ich bin im Büro. Das ist wieder was rot bei mir jetzt. Naja, aber wir haben ja noch. Hä? Help me! Oh, helf mich, Alter! Alter! Oder weil ich vergiftet war. Was? Was? Hä? Was ist denn das jetzt? Was war denn das? Ich habe mich geheilt und bin tot. Ja, irgendeine Teeter hier. Warte mal. Ja, Kürchen, Battlefield will be closed in 0 Sekunden to Server Maintenance. Ach so. Ach so. Oh, das redeploy. Nee. Gerade wo wir abbrechen wollen. Aber läuft heute hier irgendwie, Alter. Richtig gut, ja. Ich kann nicht schmeckern. Das wird auch wieder ein Traumröndchen. Offenblick. Immer beim. Bälzigen Arsch in der Fresse. Ja. Widerlich. Ich verstehe nicht, was das sein soll. Wir haben doch gar keine Arschhafe. Nee. Deswegen. Wahrscheinlich von deiner Jacke, den Fansen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch keinen Kili-Anzug an, Alter. Nee, ich auch nicht. Müsste ich nochmal in dich reinkriechen. Gucken, wo es herkommt. Dann furz ich dir ins Face. Das haben wir hier. Übel. Kann gar nicht in dich rein, ne? Nee, geht gar nicht. Schuppe machen wir hier nicht so rum. Die ist mir zwar oben drin, ja. Ich habe den Boss erschossen. Den hohen Sohn. Ich habe eine Feuerfliege erfassen. Mhm. A hostile Firefly is attacking me. Au, Schatz. Alter. Hab ich gekriegt hier. Ich bin lila. Lebst du noch? Ja. Wo kamen die denn her? Von hinten oder von vorne? Von hinten. Von hinten. Von hinten, ja. Also Richtung Exit. Ja, ja. Sonst war das irgendwo. Von hinten, ja. Also ROAD. D performed mit. Sonst warst du noch da. Die Musik und die pense recycle. Dramatisch. Auch der Wo 해주bil mir am ich? Dramatisch. Äh, hab ich dem noch nicht das Maury gestoppt? Ja, hier hinten ist noch einer. Na, von links. Das kam wieder von hinten irgendwie. Jungs, aber was hat er denn gesoffen, Junge? Ja, genau der war's. Die Stimme schweigen. Ich schmeiß seine Dreckswaffe mal hier irgendwo hin. Was ist das? Was ist das? Das ist ja übel. Ich denke, wie du willst da? Oh. 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 Fangen wir an! Target located! Ich hab ihn! 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 Euch machen wir nackig, Junge! BS Munition? Wie wird gestreppt? Alter, hat der hier Munition! Boah, Alter! Bis runter! Alter! Er wird kotzen! 5V-Panserung, ja! Pink, sehr gut! Was haben wir noch? Willst du noch eine Waffe von ihm mitnehmen? Ja, hab ich noch Platz! Ja, hab ich noch! Oh, hier muss auch noch einer gelegen haben! Ah, hier! Was ist mit ihm? SB? Was ist SB, BT? Ist die gut? BT? Nee, die schießen kann ich mal ja! Nee, die ist Müll! Gibt's nicht hier! Factory Key, rein damit! Oh, der hat eine SVDS, Alter! Oh, ja! Die ist doch gut! Die ist doch gut! Die nehme ich mal mit! Du kannst ja die SR15 mitnehmen willst! Äh, es ist Feuerlöscher! Es ist ja! Es ist auch 15! Es ist so eine 5V-Panserung, ne? Hm! Also! Wenn man das Ding mit dem Feuerlöscher braucht, da ist viel mehr wert! Ah, da passt man nicht rein! Hä? Geh mir den Feuerlöscher! Ach, ein 3er-Splot! Okay! Wollen wir hier noch weiter aufräumen? Ich hab eigentlich noch... Ach klar! Auch Kurven gehen oder so, hä? Ja! Die sind ja voll! Die können ja nicht mehr looten! Das ist es ja! Mann, die SVDS! Ich weiß gar nicht, wo ich die hinpacken soll! Na gut, die ist lang und dünn! Das geht! Mhm! Mhm! Hast du die Messer oben? Jaja! Ach, die... Hahaha! Wir wollen es wieder haben! Das können sie vergessen! Hahaha! Tschüss! Wir nehmen euch alles! Näh! Hahaha! Das ist geil! Hahaha! Die gehen alle ins Kissen! Hahaha! Oh, geil! 1,4 Millionen! Ja! Ja! Ich wollte gerade meine Späthosen verkaufen! Biermann! Naja, aber guck ich... Ich weiß nicht... Okay! Kommt da aber auch noch was dazu oder was? Weil es ist doch immer irgendwo geballert zu hören oder was? Ja! Eigentlich ja! So, deine Arschhache nochmal angucken hier! Deinen Kranz! Ich hab rasiert, Junge! Aber du nicht! Hier, deinen strohigen Kranz! Ich weiß gar nicht, wo die Haare herkommen! Ja, ich weiß es auch nicht! Kill die Anzug haben wir doch ja auch nicht, Alter! Ja, eben! So, ein bisschen zu lange an seinem Koffer rumgewühlt! Kill all! Den hatten wir schon mal! Echt? Ja, kill all! Ach, kill all! Ah, das war doch da! Ich hörte von vorhin! Ja! Oh scheiße! Mach den geil frei! Hey! I hit him! Ja, du hast ihn! Ja! Geil! Du hast um die Ecke geschossen! Aber wie? Schönes Ding! Geil! Junge, wir haben es drauf, Junge! Wo ist denn der? Ach, da liegt er! 5V-Panzerung, Alter! Wie viele Granaten hat denn da mit? 5V-Panzerung, Alter! Wie viele Granaten hat denn da mit? Sehr gut! Einen Lappen! Oh, hier liegen die Waffen rum, Alter! Ja, ich muss drüber raus! Ich bin voll! Also, was will ich damit? Nur wegnehmen, damit er sie nicht findet, weißt du? Hm! Ich hab ja alles weggenommen! Hier hinten wird gefahrt! Ich hab ja alles weggenommen! Ich hab ja alles weggenommen! Ich hab ja alles weggenommen! War er aber noch nicht? Nee! Hier hinten ist noch einer! Target located! I hit him! Ratatouille war das! Der guckt dir vor! Okay! Kill all wieder, Junge! Jetzt wird er gefickt, der Hund! Was da schon wieder alles hat, Junge! Hm! Ich will! Ja! Es ist kein Sinn, dass er für Geld sein ist! Aha! Der kriegt ja irgendwie eine andere Waffe! Am Anfang! Ich weiß, wir können ja gleich zum Ausgang abkürzen! Ja! Aber ich hör schon wieder was! Lass es doch! Sein Zeug muss raus! Ja! Wir können hier unten gleich rein, ja? Intruder! Stimmt, du hast recht! Geheimen Gang! Links ist der irgendwo, oder? Der hier? Wo war denn das? War das hier? Ja! Hier war auch schon was los, Alter! Also hier liegen schon übelse Player Kisten hier! Aha! Boah! Wahrscheinlich Kill All am Werk gewesen! Mhm! Das ist nicht normal! Wir konnten! Da geht dein Zeug nicht besser! Nee! Arschloch! Das war aber eben knapp! Meine Munition war fast alle! Aha! Ja! Ich hab irgendwie 207 Schuss! Hier ist doch hier! Ah, nee! Hä? 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 Ja! Hier war die Tür! Hier kommen welche! Feuerfliege war's! Bier auf hier! Ich hab ja bloß eine MP5, Alter! Ich hab ja bloß eine MP5, Alter! Was ist denn da? Wie ist das denn da? Wie ist das denn? Wie ist das denn da? wirst du nie, niemals arm, Alter. In dem Spiel. Nee, irgendwie nicht. Ich sag mal, wenn wir Mount Akajima spielen, oder wie das scheiß Berg heißt. Da wären wir arm. Da wären wir arm, aber müssen wir ja auch mal den einst und den anderen graben, aber... Da frecken wir auch öfter mal, denke ich. Aber wenn du hier Kohle schaffen willst, bist du hier genau richtig. Jo. Easy. Geil. Wir werden innerhalb von einem Tag unseren Stash zubauen. Ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Stimmt. Haben wir mal ein Gott gesammelt früher. Dort in den Lagerhallen. Ist das Fakt? Nee, ist nicht Fakt. Wie heißt das? Ist das nicht Laps? Ja, Laps Arc ist das ja. Ach, Arc. Genau, Arc. Das ist da, wo ich nicht rauskam, wo ich ausgegangen war. mit vier Mülle. Ach so. Übelst. Vier? Ja, vier, ja. Wir, wir sind hier. Ich habe hier eine bunte Waffe. Das ist wichtig. Oh. Was ist denn das? Ich habe hier eine Feuerfliege gehabt. Okay. Oh, da habe ich aber Fenster rissen. Blutende Wunde, alles. Ist doch mal Schwein. Arschloch. Hat auch auf mich geschossen. Ah, der stand da oben. Ich muss da hin. Hm, warum kalt? Wir müssen kalt machen. Er hat bloß eine MP5 gehabt. Alter. Hm. Mit PSC geht es da. Was? Alter, hört doch auf. Ja. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Was ist der Maul halten hier? Ja. Das reicht mir. Ja, der ist natürlich lieber. Hast du ihn ja getroffen, ja? Hm. Das Breitsch plus, da ziehe ich liegen. Granaten einsammeln, ja. Oh, ich habe... Ach so, weil ich die nicht umbringe, kriege ich halt den Kiel nicht. Du musst die noch töten. Oder ich, das ist egal. Aha. Du hast ja trotzdem niedergestreckt. Nee. Wenn du sie umbringst, kriegst du den. Aha. Oh, da hatte ich den eh nicht unten. Ich weiß es gar nicht. Oh, alle. Von wo? Hier schräg oben. Ja, oben ist der. Der Lappen. Er kommt runter. A hostile Firefly is attacking me. Ich habe ihn. Geil. Da ist noch ein mit Laser. Mach hin, mach hin, mach hin. Da oben ist einer mit Laser. Jawohl. Granaten. Vater, komm. Heil dich schnell. Ey, was war denn das? Du hast nicht... Nicht in seine Granate. Ach so. Da schmeißt Granaten. Ich dachte, du warst das. Nee, nee. Target located. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jetzt kommen wir hier hinter. Das ist doch nicht normal. Die spinnen doch. Der Luizis, alter. Der Luizis, alter. Geh mal rein, Alter. Ja, gut, danke. Ja, das war bloß ein Skeff. Ja, aber die sind manchmal auch übel. Der hat seinen anderen Idioten auch wieder aufgehoben da oben. Scheiße, den hatte ich fast gehabt, einen Millimeter noch, Alter. Mit seiner scheiß Sechser oder Kündigung. Ich glaube, Sechser war das. Alter, das hat ja auch schon ein Problem. Alter, das hat ja auch schon ein Problem. Irgendwer, da macht es Spaß noch. Ja. Hast du Kontakt? Da lag eine Mine. Da ist ganz hinten. Alter. Na klar, Alter. Ich habe eine Feuerfliege erschossen. Alter, was war denn das für ein Tag-Träumer. Haben sie den extra reingeschickt, damit ich hier was zu lügen habe? Ja, ich habe. Ja, ja. Wir fliegen schon wieder Kranaden irgendwo her. Hast du die geworfen? Nee, nee. Komm gleich weiter. Jetzt lass mal Ruhe jetzt. das ist ja bei mir schon etwas rot was wo kam der denn her alter? das war komisch ja kill all alter der Hurensohn ein paar Arschützer ist der nun raus? ich glaube ja naja so rauch ich ja na Bruder wo ist jetzt meine scheiß Kiste da hinten? komm das ist definitiv kein Scheiß läuft das bei dir? ja 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 das hier hinter der Tür wir kommen jetzt nicht hin glaub ich zumindest war eine feuerfliege ja wo kam die her? unten war der ja du bist bist du im unter der Tür schon durch? unter dem Tor? ne hinten in dem ne am Ausgang hinten in dem Raum war es drin achso ja ja was? langsam eh was war denn das? jetzt bin ich hier am wasser ist das hier unten wo das wasser war ach da bist du? ach da bist du? da kommst du hinten lang ah ok zum Ausgang das musst du erstmal wissen ja ja ach hier bist du doch ja hallo das ist nämlich ein Geheimraum nur mal so ich muss noch ein bisschen wo da reinkommt aber er hat gerade irgendwas auf mich geschossen hier läuft doch was das ist ja das ist ja Und unter uns war er. War. Feuerflieger. Ach, mit meinem MPX. Hä? Wie nimmt der weg, mein Freund? Oh, hier rüber einer. Oh. Schönes Ding. Tja, was hier. Das noch mal. Das heißt. Ich bin Spree. Ich bin Spree. Was ist das? 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 Meine Waffe ist alles noch da? Was? Ehrlich? Ja. Bei mir war nichts drin, Alter. Bei mir ist alles geklaut, Junge. Ne, ne, deine Waffe ist auch noch da hier, deine AKS hier. Ach so? Oh ja, geil. Oh, schön. Geil. Na ja, ich würde mich jetzt verpissen wollen. Ja. Da haben wir ab. SR60, das ist doch alles scheiß Munition. Ja, nimm was du neben kannst und dann ab. So, noch 6. Oh ja. Boah, hier ist ja immer noch. Hab ich schon was? Ne, ich hab nichts mehr. Ne, ja, dann haben wir ab. Ja. Mhm. Recht. Ach. 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 So, noch mal eine Granate hingeschmeißt, gefeuert. Ja. Ach, hau mal die Waffen wieder, geil. Jetzt hab ich 15 Kills. Ja. Und einige hab ich ja gar nicht immer noch umgebracht. Die hab ich einfach nur 8 Kills. 2 Sterne, ja. Ja, geil. 2 Sterne, ja.